Hallo, ich bin der Michael von Biohof Donder. Wir produzieren Bio-Gemüse, Bio-Strauchbeeren und Bio-Kräuter. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, einen Einblick in die Inkarei zu bekommen bei uns und dürft dann natürlich auch den frisch gewonnenen Honig bei uns probieren. Außerdem könnt ihr Strauchbeeren ernten und euer eigenes Gemüse mit nach Hause nehmen. Besonders freuen wir uns auch immer über den Besuch der Kinder vom Naturell-Hoteldorf Schönleiten, die dann immer einen speziellen Einblick in unseren Hof bekommen von mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017